Ja, Tag der offenen Tür der Petrolheads in Illingen, in unserem Headquarter. 1. Mai, wir freuen uns, dass sehr viele Leute den Weg zu uns gefunden haben. Schönes Wetter, die Leute sind gut drauf, Bierchen fließt, schöne Autos da, also für jeden was dabei. Die Petrolheads kümmern sich um hauptsächlich alles, was das Thema Spaßauto angeht, deswegen auch yourfuncar.de. Wir haben Autos Youngtimer, Oldtimer und die Autos, die eben nicht unbedingt für den Alltag gedacht sind, sondern die eben wirklich Spaß bereiten sollen. Auch ein paar schöne, kostengünstige Autos, die man als Daily Driver nehmen kann, aber auch Autos, die als Kapitalanlage funktionieren. Alles rund um das Thema Auto als Hobby und nicht als Gebrauchsgegenstand.